Mein Name ist Manuel Fürst, ich bin Trainer der Ozean und Jugendleiter von Kolumbia Vorrättsdorf. Heute spannendes Spiel in der Ozean gegen Wachbegittenau. Wir haben gute Spielzeuge, sehr intensive Partien, ganz eng. Ein Ergebnis gibt es ja Gott sei Dank in dem kleinen Bereich und für uns ist es wichtig. Ein gutes Spiel, ein schnelles Spiel. Die Kinder können stolz auf sich sein. Und ja, ich glaube wir können alle nach einem schönen, warmen, schnellen Spiel, können wir zufrieden ins Wochenende gehen. Es ist ein faires Spielwesen für beide Mannschaften und das Ergebnis ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Kinder gut spielen. Dankeschön. Servus. Er hat Bayerns besten Body, er ist voll der Superheld hier. Und fragst du ihm gefällt dir das, dann sagt er, das gefällt mir. Er jubelt gerne überkreuzt, so wie Dracula. Und färbt er sich die Haare gerade nach in seinem Nach. Er nagelt voll die Dinger rein, kanonisch schön geschnackt. Doch wenn die Spiele wichtig sind, dann taucht er gerne ab. Wie heißt der Typ, der jedes Mal den 16er erobert? Hinten heißt der Leben. Ich finde, das war ein sehr gutes Match eigentlich. Es war beidseitig, also die anderen habe ich auch richtig, richtig stark gefunden. Erste Halbzeit haben wir sehr viele Fehler gemacht, aber das ist nicht schlimm, weil sie sollen Fehler machen. Und ja, zweite Halbzeit haben wir dann richtig, richtig Gas gegeben eigentlich. Haben glaube ich vier, fünf Tore hintereinander gemacht. Das Ergebnis wissen wir jetzt nicht wirklich, aber es ist zweitrangig. Und wir haben es wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und wir sind richtig stolz auf die Kinder. Hinten heißt der Lewandowski. Vorne heißt der Robert. Oh, Papa, Robert. Oh, Papa, Robert. Oh, Papa, Robert. Oh, Papa, Robert. Er trägt eine flächte Streberbrille. Ohne ihn ist Bayern. So klein bin ich gut. Liegt er verletzt am Boden, kriegt die Bayern ordentlich Puls. Da geht der Arsch auf Grundeis. Und ich bin schuld. Wer trifft auch mit der Hacke und wer ärgert jeden Torwart? Hinten heißt der Lewandowski. Vorne heißt der Robert. Oh, Papa, 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 Robert. Ich bin beim Kolumbiaplatz. Weil ich spiele jetzt gegen Kolumbia. Ich hoffe, wir gewinnen. U10. Wir haben eigentlich gewonnen. Es war ein guter Spiel. Aber die waren schon... Der Tag, der Gegner kam, war urgut. Es war schwierig. Also wir haben gut gespielt. Vielleicht hat... Die drei Tore waren verdient. Die ersten Gegentore. Aber wir haben gepusht, gepusht, gepusht. Und haben dann 89. Ja. Ja, das Spiel war gut. Also ich bin in der U10 und wir haben gegen Waffe gespielt. Ich war zweimal verletzt. Es war gut. Wir haben halt... Wir haben halt so... Eigentlich... Für mich war das 98, weil er gegen meinen Fuß geschlagen hat. Er wollte Schwalbe machen, weil... Und der Trainer hat zwei Minuten noch mehr gemacht. Eigentlich haben wir gewonnen. Aber der Torwart war selbst schuld. Der Torwart war eigentlich eigentlich alles toll. Ja, aber wir waren eindeutig besser, fand ich. Die Gegner waren auch stark. Und wir haben gut gekämpft. Und... Und wir haben uns das Match verdient. Und... ja. Das ist Fußball. Das sage ich auch immer. Ja, hallo. Ich bin Robert Lewandowski. Und mit meiner Brille sehe ich aus Philipp Amthor. Das finde ich gut. Ja, danke Philipp. Ich finde dich auch sexy. Ja, und wenn ihr Wumms abonnieren wollt, drückt ihr hier. Und hier sind noch ein paar weitere tolle Wumms Songs. Und hier noch was von Funk. Du hast es hier gesehen, wie ihr macht. Was ist denn hier? Es ist vielleicht schon nehm. Nach dem Spiel. Das ist ein bisschen ein bisschen. Und hier ist es ja der Torwart, seine Kräfte. Ja, ich bin es ja... Hey! Oh, der ist richtig! Oh, der ist richtig! Wie heißt der Typ, der jedes Mal den 16ern erobert? Hinten heißt er Lewandowski. Vorne Hans der Hubert. Er trägt eine fette Streberbrille. Das finde ich gut. Ohne ihn ist Bayern So klein, nicht gut. Liegt er verletzt am Boden, kriegt die Bayern doch nicht Puls. Da geht er auf und Eis. Ich bin schuld. Wer trifft auch mit der Hacke? Und wer ärgert diesen Traum? Erster Kontakt! 1 zu 11! Robert Lewandowski Alle sagen wie er! Robert Lewandowski Alle sagen wie er! Alle wollen so sein wie er! 5 Boden in nur 9 Millionen! Das ist Fußball! Das sag ich auch immer! Ja! Ja, hallo! Ich bin Robert Lewandowski Und mit meiner Brille sehe ich auf dich am Tor! Ja, danke Philipp! Ich finde dich auch sexy! Wow! Ja, und wenn ihr WUMS abonnieren wollt, drückt die hier! Und hier sind noch ein paar weitere tolle WUMS Songs Und hier noch was rum! Tschüss! Tschüss! Jetzt weg dich! Komm! Er hat Bayerns besten Body Er ist voll der Superheld hier Und fragst du ihn gefällt dir das Dann sagt er Dann gefällt es mir Er jubelt gerne Übelkreuz So wie Dracula Und färbt er sich die Haare Gerade machen seinen Lach Er laget voll die Dinger rein Kanonisch schön gestatt Doch wenn die Spiele richtig sind Dann taucht er gerne ab Wie heißt der Typ der jedes Mal den 16er erobert? Hinten heißt er Lewandowski Vorne Hans der Hubert Jaaaa Er trägt ne fette Streberbrille Das find ich gut Ohne ihn ist Bayern Jaaaa Der Tor ist gut Mit der verletzten Boden in die Bayern Und es geht der Arsch auf Grund Eis Und ich bin schuld Wer trifft auch mit der Hacke Und wer ärgert jeden Torwart Hinten heißt er Lewandowski Vorne Hans der Hubert Jaaa Robert Lewandowski, alle sagen yeah. Robert Lewandowski, alle wollen so sein wie er. Fünf Minuten in nur neun Minuten. Das ist Fußball. Das sag ich auch immer. Ja, hallo, ich bin Robert Lewandowski und mit meiner Brille sehe ich aus wie Philipp Amthor. Das finde ich gut. Ja, danke Philipp. Ich finde dich auch sexy. 5 zu 3, 48 Sekunden. Ja, und wenn ihr Wumms abonnieren wollt, drückt ihr hier. Hier sind noch ein paar weitere tolle Wumms Songs und hier noch was von Vogue. Ja, tschüss. Abschluss. 6 zu 3. Servus. Weiter geht's. 1 zu 7. Er hat Bayerns besten Body und ist voll der Superheld hier. Und fragst du ihm gefällt hier das, dann sagt er. Er jubelt gerne über Kreuz, so wie Dracula. Und färbt er sich die Haare gerade langsam nah. Er nagelt voll die Dinger an, kanonisch schön die Stadt. Doch wenn die Spiele wichtig sind, dann taucht er gerne ab. Wie heißt der Typ, der jedes Mal den 16er erobert? Hinten heißt der Lewandowski. Vorne hieß der Hubert. Oh, Papa Hubert. Oh, Papa Hubert. Er trägt ne fette Streberbrille. Das finde ich gut. Ohne ihn ist Bayern. So klein bin ich gut. Liegt er verletzt am Boden, kriegt die Bayern ordentlich Puls. Da geht der Arsch auf Grundeis. Und ich bin schuld. Der trifft auch mit der Hacke und verärgert jeden Torwart. Hinten heißt der Lewandowski. Das ist der Eigentorch. Eigentorch, sieben zu vier. Robert Lewandowski, alle sagen her. Robert Lewandowski, alle wollen du sein? Ja! Fünf Boden in nur neun Minuten. Das ist Busenballon. Das sag ich auch immer. Ja, hallo, ich bin Robert Lewandowski. Und mit meiner Brille sehe ich auch die Hand vor. Ja, danke Philipp. Finde ich auch sexy. Ja, und wenn ihr Wumms abonnieren wollt, drückt ihr hier. Und hier sind noch ein paar weitere tolle Wumms-Songs. Und hier noch was von Funk. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ich fülle kolombier. Wir würden, in min bietet in min bude. Servus. Hof war zu Еpt Juras. How was istcap man? Er hat Bayerns besten Body. Er ist voll der super Held hier. Und fragest du ihm, werfällt ihr das? Dann sagt er. So Tecaler wird's mehr. Er jubelt gerne, über kreuzen, so wie Dracula. Und färbt er sich die are gladere,. Er nagelt voll in die Merein, kanonisch schön die Stadt. Doch wenn die Spiele wichtig sind, dann taucht er gerne ab. Wie heißt der Typ, der lieblich mal den 16er erobert? Unten heißt er Lewandowski. Formel Hans-Dirubert. Er trägt ne fette Streberbrille. Ohne ihn ist Bayern, unser Traum braucht's gut. Legt der Ballast auf Musik, rennt die Beine ordentlich groß, da geht der Arsch auf vom Eis. Und ich bin schuld, der trägt doch mit der Wacke und wer ärgert diesen Zobart. Hinten heißt er Lewandowski, vorne heißt er Robert. Robert Lewandowski, alles hat nie mehr. Robert Lewandowski, alles hat nie mehr. Ja, hallo ich bin Robert Lewandowski und mit meiner Brille ist ich auch für Philipp Antor. Ja, danke Philipp, ich finde dich auch sehr süß. Ja, und wenn ihr Wumms abonnieren wollt, drückt ihr hier. Und hier sind noch ein paar drei tolle Wumms songs. Und hier noch was von so. Ja, tschüss. Ahoff! Here are our balls in Google. Hair 놓in! Yeah, god, butt. Er hat Bayerns besten Border. Er ist voll der Superheld hier Und fragst du, ihm gefällt dir das, dann sagt er Er jubelt gerne, überkreuzt, so wie Dracula Und färbt er sich die Haare, gerade machen's allen nach Er nagelt voll die Dinger, kanonisch schön geschnappt Doch wenn die Spiele wichtig sind, dann taucht er gerne ab Wie heißt der Typ, der jedes Mal den 16er erobert? Hinten heißt er Lewandowski Vorne heißt er Robert Er trägt ne fette Streberbrille Das find ich gut Ohne ihn ist Bayern So klein bin ich gut Liegt er verletzt am Boden, kriegt die Bayern ordentlich Puls Da geht der Arsch auf Grundeis Und ich bin Schöp